hey leute willkommen zu meinem video auf jeden fall leute ich habe in dem gestrigen video ja leute ich lade jetzt immer und immer mehr videos hoch wieder ich lade jetzt immer und immer mehr videos hoch und gestern hat mich ein abonnenten gefragt wollen wir mal roblox zusammenspielen auf pc gespielt habe ich mir gedacht ja können wir mal machen bis ich da gestoßen bin er spitz auf pc jetzt ist das problem erstens ich habe kein roblox mehr auf mein handy ich kann es mir zwar runterladen aber auf pc spiele ist es recht gar nicht dazu wird mich auch niemand überreden können auf jeden fall leute ja fragt mich dann nach roblox leute ich denke nur so jockey kommen machen jetzt bin ich euch anfangen erstens wollte roblox sehen zweitens kann handy spieler und pc spieler zusammen roblox spielen und kann ich auf teams pickern das ist ja auch noch ein problem ich glaube jetzt erstmal gegner leute ich weiß ihr habt euch mehr bros das gewünscht aber heute ist wieder etwas glänzt dran und da mir bros das nicht so krass spaß bringt mach ich immer mit auch kein bros das krass also ich lade im moment hat mich so viel hoch auf das video ja wird ich gerade Ausgleichen und sie haben als sie auf den brachen kamen ausgleichen ausgleichen Oh nee jetzt leute warum bekommt die immer irgendwie was mit glänburg gespendet ich bekomme gar nicht erst wenn mal jemand online ist sieht da wo micro auf verschwärmung ja okay ich denke ich bin die mal ein hier keine ahnung ach so leute heute kommt der wahrscheinlich live stream ich mache keine uhrzeit aus leute aber ja das kommt glaub ich nach dem ersten fehlend ist freitag also ist ein perfekter tag so und dann mach ich ich mache so und so das muss ich aus bin ansonsten habe ich viel zu wenig leute kämpfen er hat eine doppelkanone bitte leute feiert ihr blau stars kann der auch mal in die kommentare schreiben und ob ihr das überhaupt noch sehen würdet als wenn so als wenn ich so ein angreifen würde warum kommt jetzt solche op leute jetzt kann ich stehen und etwas nach kleinburg leute ich denke er hat ja ich hab's gewusst leute ja ich hab's gewusst leute nehmann doch alles direkt so nehmann mach doch was nehmann mach doch was nehmann doch gewusst, er hat was in der Clanburg. Und der One-Hit-Hit-Leiter-Mann-Bahn-König. Als wenn ich jetzt gegen den Typen verliere. Was ein Müll ist das denn? Ich hasse Clash of Clients. Wow, Feuerwerk. Ich habe gerade 30 Trophäen verloren. Naja, egal Leute. Das war es dann noch mit dem Video. Oder wartet. Jetzt zu einem Video. Tschüss. Gebeendet.